Biber. We care. Biber. Hello, let me introduce myself to you. Mein Name ist Theo Selett und ich bin in charge des 3D Concrete Printing Programme bei Eindhoven-Universität der Technologie. In diesem Programme, wir arbeiten mit Weber-Beihe-Mix als die Supplierer unserer Dry-Mix. Ich würde gerne in Eindhoven sein, aber ich bin in Singapur, um die Möglichkeiten zu erfüllen, um unser Mutuelle Forschungsprojekt zu expandieren. Rob Wolf, der Ph.D. Student, will Ihnen ein Livestream von einem Printing-Session an der Universität. und Antwort auf alle Fragen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und hoffe, Sie hat es gefallen. Bye-bye! Und zwar in der Bildung und immer noch eine Schreibe-G aqueles, dem wie eine Schreibe-Genehmung hinter das Gefühl war, aber auch, der 3D oder die F-D – macht es zusammen mit dem Betrain. Ich spreche den F-D-J-E-G-E-H-N-G-A-Asst. Ich wünsche Ihnen noch eine Schreibe-Genehmung für Ihre Arbeit. Biber. We care.